Oh ne. Hey, Leute! Seht mal her! Nein. Ein Loch im Boden, schön. Sag mir nicht, wir müssen da rein. Ach, Phoenix, die gehen da rein. Vielleicht können wir da unten irgendwo den Strom wieder zum Laufen bringen. Wahrscheinlich, oder? Der Strom für das Funkgerät. Jemand sollte hier beim Funkgerät warten. Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht da runter. Ich gehe. Natürlich. Ich schaffe das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Ich bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ich mach... Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julian, nein! Klar, einer muss doch die Türen aufmachen. Ich gehe. Punkt um. Damit passt das. Okay. Tja. Dann mach los, was? Okay. Du und ich, Julia. Damit keiner alleine ist. Ja, sowieso. Alleine sein ist immer dumm. Und ich... Soviel zum Thema. Ja, damit wir zusammensterben. Ja. Soviel zum Thema. Nein! Sind die jetzt tot? Ich hoffe nicht. Nein. Komm mal, los. Das ist laut. Okay, alle sind tot. Scheiße. Irgendwas gebrochen? Alles noch heil? Alles okay bei euch? Wie denn? Man guckt, wie du die Entscheidungen triffst. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Wir warten hier beim Funkgerät. Oh, wie nett. Puff. Oh. Hey. Was zündet jeder an? Äh, Lampe. Ach so. Nach dir. Ich dachte, die macht einfach irgendwo Feuer. Nach dir. Okay, let's go. Ich geh vor. Sieht aus wie der untere Bereich des Schiffs. Oh, komm schon bewegen. Ich mag diese Kameraperspektive nicht. Oh, Mann. Ich geh links rein. Okay. Ja, geht, glaube ich, auch nur da rein. Hier kann man irgendwas nehmen. Wieder ein Zettel. Das ist die Zelle. Ehrlich? Komm an. Ja, steht auch. Der wird der unbefugte Zutritt in der Haft. Bla, bla, bla. Ah, Trunkenheit. Ja, das ist sie. Ja, ja. Charles Anderson. Diesmal ist der offen. Ein gewisser Joe beim Lazarett. Hier ist ein Zettel drin. Ja. Hier steht drin. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bishop und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und P. X für Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, was man voneinander lernen bestimmt in dem Zuflitz. Danke dir, Robin, dir auch noch einen schönen Abend. Danke für die Donation nochmal. Vielen, vielen Dank. Ah, beschreibt eine während der Stadt gefundene Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekular-Kristallform vorliegenden Halluzigens mit Codenamen Manchureigold auf Menschen getestet. Chemische Munition. Ach so, die wollten das einsetzen für einen Krieg, um Leute verrückt zu machen. Das ist also so ein Halluzigen, okay. Genau, es war bereits in geringer, signifikant der Halluzination sehr überzeugend. Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren und dies selbst Wirkung sei vielfältig groß, gleichbleibend intensiv. Okay, crazy. Wir müssen gucken, dass wir ein Gegenmittel finden. Ja, den habe ich schon gelesen. Das war einfach nur das Lock-Dings von dem. Licht ist hier draußen aus. Warte, ich komme. Genau, darum ging es doch jetzt zu der Krankenstation. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier ist rechts eine Tür offen und links ist noch eine Tür. Äh, Geräusche? Wohin gehen wir? Rechts oder links? Hier rein. Krankenstation. Ja, rechts oder links? Ist doch hier, wo die Tür offen ist. Ja, aber hier links kommt auch rein. Hier ist auch noch eine Tür. Aber hier ist doch die Kranken... Krankenstation. Ich komme nur hinterher. Hier liegt einer. Das ist der Wissenschaftler. Der, 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 ah. Das ist die Krankenstation. Hier liegt ein Zettel. Der Name des Patienten, John Patterson. Okay. Krankengeschichte, Diagnose. Klarer Fall von PTBS. Okay. Hier war noch was. Hier ist noch ein kleines Bild, was ich nehmen kann, glaube ich. Aber nicht richtig, was war da? Ah, jetzt. Von einem Jungen? Ja, das ist der Sohn von dir gewesen. Vielleicht der Sohn von jemandem an Bord. Ja, stimmt. Von den ersten Charakteren, ne? Genau. Ich gehe mal hier gegenüber rein. Ja, ich komme. Oh Gott. Was ist los? Geh mal hier rein oder geradeaus? Erst mal geradeaus, würde ich sagen. Erst mal den Raum fertigstellen, bevor wir den nächsten gehen. Ich glaube, hier kann man nichts machen, ne? Nein, kann man nicht. Okay, dann gehen wir da rein. Dann müssen wir hier einsetzen. Ja. Du hast mich wieder rausgedrückt. Ich muss wieder reinkommen. Herunterlassen. Ach Gott, nein. Okay. Du bist so herunter. Da ist irgendwas. Ich dachte, da steht einer. Hab ich auch gedacht. Okay, das heißt also, es sind wahrscheinlich doch nicht übernatürliche Dinge. Bitte, nochmal. Es sind keine übernatürlichen Dinge, sondern Dinge, die wir einfach sehen, durch das Habe zu gehen. Durch Angst wahrscheinlich. Ja. Komm runter. Ja, toll. Wie sollen wir da wieder hochkommen? Also, dich könnte ich hochschmeißen wahrscheinlich da. Ich schmeiß wohl eher dich hoch. Ich habe die Tür noch gemacht. Oh mein Gott. Fuck. Hast du das nicht gesehen? Fuck. Alter. Ich habe nichts gesehen. Natürlich nicht. Oh, New LP mit 2,29. Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit einem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Was ist passiert? Also, das Schiff hat der Manchurei-Gold genannt. Was aber überhaupt kein Gold ist. Es ist ein Gift. Und dieser seltsame Dunst ist überall. Alles okay? Vielleicht ist das das Manchurei-Gold. Ich habe was gesehen. Einen Typen, der vorbeigelaufen ist. Das lässt uns total ausrasten. Bist du jetzt auch so starren wie der eine? Ich habe verdammt durchgeknalltes Zeugs gesehen. Vielleicht darf man es nicht glauben. Ich habe halluziniert. Wenn das alles wirklich stimmt. Die Crew hatte vor irgendwas total Angst. Ja. Sie sehen all diese kranke Scheiße. New LP, danke für die Donation. Und sie dachten, es wäre real. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwag da unten zusammenhängt? Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und nur eine Theorie. Oh Gott. Okay. Lasst uns gehen. New LP, TN. Danke euch für die Donation. Kommt an euch beiden, ne? So wie ich das gelesen habe. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Willkommen auf dem Channel. Das ist mal ein neues Projekt hier. Kommst du echt zu einem neuen Projekt nochmal? Oder mache ich andere? Hier ist was. Hier kann ich was machen. Oh, ich auch. Ich helfe dir. Was lesen wahrscheinlich nur? Motorwerke von Linden. Rotterdam, Niederlande. Ja, 1920. Oh, weiß ja. Dieselmotor 1734. Da links ging es auch rum. Hast du gesehen, ne? Sollen wir da lang gehen erstmal? Ja, ja. Ja, ja. Das mal links rum gehen. Ich glaube, da ging es auch rum. Ist so eine Lampe gewesen. Wow. Kamera Perspektive. Oh, warte mal. Hier liegt was. Echt? Engine room. Telegraph lock. Na, ich schau dir zu. Geil. Ist aber nichts drauf. Oh, ich merke es. Oh, okay. Du kannst da mit dem Stick nochmal so rum. Du musst mal lesen, was da steht. In the middle of the... Das waren die komischen roten Punkte, die du gesehen hast, vorhin auf der Karte. Das waren die Ankerpunkte oder was? Dann haben die was gesucht. Warum ankert man mitten im Ozean, Alter? Vielleicht suchen die für dieses manche Reizeug irgendeinen... Vielleicht braucht das irgendeinen Auslöser, irgendeinen... Das kommt vielleicht von irgendwas, einer Pflanze, die unter Wasser ist oder so. Durch den Sturm vielleicht oder so? Die haben ja immer noch... Da ist wieder dieses Zeug und wir werden gleich wieder was sehen. Happy Day. Wir müssen ein bisschen miteinander sprechen, falls was passiert. Damit wir uns nicht gegenseitig killen, falls irgendwas ist. Genau. Hier kann man, glaube ich, nix machen. Nein. Links oder rechts? Ich gehe mal... Oh, hier rechts kann ich was drücken. Mhm. Dann hat dann aber jemand untergelegt. Okay, gehen wir wieder nach oben. Wie soll denn Leute Schalter einfach rausgehen? Freue ich mich auch. Hallo, wir sind zurück. Aus Versehen. Bitte kommen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over. Ist ja Red. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir wurden entführt. Wir alle. Nein. Und da sind Dinger, die uns umbringen wollen. Over. Rettungsteam ist unterwegs zu Ihrer Position. Over. Mhm. Okay, wenigstens wissen die, wo wir sind. Und man ein Stück Scheiße. Rettungsteam. Okay, Licht ist auf jeden Fall wieder an. Aber wie kann denn nach so langer Zeit das Schild immer noch funktionieren? Ist doch voll seltsam. Schau mal. Das heißt auf Gerät. Okay. Warum liegt das hier? Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Äh, vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Auf jeden Fall. Das halbe Schild ist geflutet. Das halbe Schild ist geflutet.